Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online und wir spielen heute das aktuelle Zeitrennen Lake Wynwood E-Stage mit einer Zeitfrage von 1 Minute 26. Und ja, das Zeitrennen hat es ganz schön in sich, wenn man es mit der ungetunten Party macht. Ich habe es gestern im Eventvideo schon gezeigt, wo man sich die kaufen kann, weil ich es in die Kommentare gesehen habe, dass das einer quasi wissen wollte. Und ich habe gesagt, ich zeige es im Video mal her, aber ich zeige es jetzt hier trotzdem nochmal her und zwar, wir gehen hier auf Reise und Transport, gehen ganz runter auf San Andreas und dann können wir hier beim Filter, können wir ganz unten auf Motorräder gehen und dann, wenn wir runterscrollen ein bisschen, kommt hier dann schon die Bati 801 oder hier haben wir die Bati 801 RR. Ist nur eine Geschmackssache von der Optik, kosten beide 15.000 und sind beide absolut gleich schnell. Ich habe einmal die hier und ich habe einmal die hier, aber wie gesagt, es kommt nicht egal welche man nimmt, hat keinen Leistungsunterschied, sondern die RR, das ist halt so ein bisschen so mit, ja mit so Aufkleber und so drauf. Und die ohne RR, die ist halt ein bisschen schlichter, ist halt einfach einfarbig und eben schlichter. Und genau, noch was bei der Bati 88 RR gibt es, ich zeige euch das noch ganz kurz, man kann hier einmal die Lackierung haben, die Lackierung diese hier oder diese hier. Genau, also da kann man nur diese vier haben und bei der anderen kann man eben die ganzen Farben draufknallen, wie halt beim Auto. Also, jetzt weiß glaube ich jeder, wo man dieses Motorrad für 15.000 herbekommt und das ist eben so ein 15.000 Dollar Motorrad ohne Tuning, ohne alles. Also da ist nichts gemacht, das ist absolut Serie. Wir schauen uns jetzt mal an, wo wir hin müssen. Ich habe das Ganze schon markiert und zwar ist hier die Militärbasis und wir werden das folgendermaßen angehen. Wir werden jetzt nicht diese Route hier fahren, sondern wir fahren jetzt diese Route hier 1 zu 1 komplett nach. Hier kürzen wir dann ab. Hier müssen wir vielleicht ein bisschen langsamer machen, dass wir hier nicht sterben, denn es gibt bestimmte Motorräder. Wenn man da von einer gewissen Höhe runterfliegt, dann fliegt man vom Motorrad und bei gewissen Motorrädern fliegt man bei der Distanz auch nicht vom Motorrad. Zum Beispiel mit der Heukucha Drag kann man viel höhere Sprünge machen, bevor man vom Motorrad fliegt, als wie mit der Bati. Darum muss man bei so Stellen, wo man ein bisschen in der Luft ist, ein bisschen aufpassen, wenn man mit der Bati unterwegs ist. Dann fahren wir hier entlang und an dieser Stelle hier kürzen wir dann ab und wir ziehen auf der Minimap diese Gerade hier an. Wir fahren dann quasi so, dass wir hier irgendwo dann landen, rauskommen und dass wir hier über die Gerade, also eine Brücke rüberfahren können und dann fahren wir bei der Brücke links vorbei und dann ins Ziel rein. Also ist, ich sag mal so, wenn wir das Ganze mit der Ungetuned machen, ohne Willi, ohne nach vorne bücken, ohne alles drum und dran, dann ist es eine knappe Nummer, aber ist auf jeden Fall schaffbar. Und ich probiere das Ganze jetzt hier einfach mal. 3, 2, 1 und ready to go. Also wie gesagt, wenn ihr das macht, zieht hier gleich mal einen Willi, dann beschleunigt ihr schneller. Ich mach das Ganze aus dem Grund eben wieder mal nicht mit Willi und Co., dass ich einfach herzeige, hey schau, man kann es mit einer Ungetuned, ohne Willi, ohne alles drum und dran, man kann es schaffen. Ich sag mal so, wenn ihr mit Willi fährt und auch das Motorrad ein bisschen getuned habt, da kann man ein bisschen abkürzen. Hier übrigens das schwarze Auto, was hier gerade gekommen ist, hier kommt immer ein Auto an der Stelle. Also seid ihr bei der Kurve vorsichtig, da kommt immer an dieser Stelle ein Auto. Also bei mir zumindest war das so, weil ich hab's jetzt ja schon dreimal oder so versucht, dass ich den Weg ein bisschen rausfinde. Auf jeden Fall, hier fahren wir jetzt runter bei dem Strommasten und halten uns bei diesem Tannenbaum, ja genau, eben rechts vom Tannenbaum und jetzt gebe ich wieder Gas. Also ich hab's ein bisschen rollen lassen, dass ich quasi nicht zu sehr in die Luft komme. Jetzt fahren wir hier runter und vor der Brücke, vor der Leitplanke fahren wir jetzt hier bei dem Baum rechts vorbei. Und jetzt visieren wir quasi die Brücke auf der Minimap. Unten sehen wir schon die Brücke da vorne, visieren wir an. Ich geh jetzt ein bisschen auf die Bremse und halte mich links von dem Baum diesmal. Und jetzt gebe ich wieder Gas. Weil wenn wir hier zu schnell runterfahren, dann könnten wir eventuell eben sterben. Wir haben jetzt noch 15 Sekunden Zeit über die Brücke und jetzt dann sofort rechts. Wir fahren hier jetzt rechts, ja genau, und jetzt eben am Zaun entlang und jetzt können wir einfach direkt zum Ziel fahren. Das müsste sich eigentlich ausgehen, 23, 25, knapp, 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 eine halbe Sekunde Restzeit hatte ich. Ich bin jetzt natürlich auch bei diesen Passagen, wo man eben zweimal abseits ein bisschen bergab fährt, habe ich jetzt immer schön rollen lassen, das Motorrad. Da kann man natürlich, wenn man Gas gibt, natürlich auch noch einiges an Zeit rausholen, aber wollte man wirklich auf Nummer sicher gehen. Und wie gesagt, wenn man das Ganze ein bisschen mit dem Willi macht und vielleicht sogar das Motorrad schon ein bisschen getunt hat, dann ist es deutlich, deutlich schneller, hat man da sicherlich 10 Sekunden Restzeit oder so. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall mit der ungetürnten machbar. Die Route kann ich euch empfehlen, ist eigentlich relativ leicht zum Nachmachen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen oder mir einen netten Kommentar schreiben. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, haut rein, euer Duzi und ciao.